Vorher auf The Wolf Among Us. Willkommen, Sheriff. Was kann ich dir bekommen? Wollen wir sowas auch überspringen? Ah, das war zu Hause. Das ist das Menü. Wir können es nicht überspringen. Untertitelung. Ich kann ein paar Wild Boar in morgen, wenn du möchtest. Ich weiß, dass Bloody Mary hier ist. Ich will mit ihr. Ich weiß, was du bedeutet. Untertitelung. Was du sehen, ist was du bekommen. Einfach Fleisch. Wenn du etwas anderes findest. Wir machen einfach mehr Wettbewerb und Fleischpacken. Ich würde dir helfen. Ich würde dir helfen. Ich würde dir helfen. Aber es gibt nichts hier. Du solltest du aufhörst, Butcher. Ich bin nicht. Ich bin nicht aufhörst. Ich kann sagen, wenn du aufhörst, dass dein Fleisch nicht verkaufen ist. Wenn du mit mir liefst, werde ich herausfinden. Ich... Sheriff, ich... Entschuldigung. Hast du das gehört? Was? Oh, ich bin wirklich entschuldigt. Hold on. Ich muss nur aufhörst. Dann geh nicht woanders. Ich werde gleich zurück. Butcher. Ich muss nur sehen. Scheiße. Es sieht wieder nach einem Haufen Action aus. Ich habe es wieder zurück, Sheriff. Ich werde gleich weg. Übrigens, Sonnig, Secora aller Zeiten und die gute Letty zu Chuck Lincoln immer noch im Urlaub. Kommt aber morgen wieder. Warte einfach nach vorne. Ich werde gleich weg. Ich habe ein bisschen Müll hier zurück. Ja, kannst du morgen wieder zurück? Das macht ihn gefährlich. Das macht ihn gefährlich. Entschuldigung, Sheriff. Aber du sollst nicht zurück hier sein. Aus Sicherheitsgründen, aber nicht dahinten sein. Kommt ihr mit dem Englisch eigentlich gut zurecht? Ihr habt jetzt schon ein paar Folgen gesehen. Wir sagen weiterhin nichts. Also, ich komme mit dem Englisch ganz passabel zurecht. Ich verstehe natürlich nicht alles, aber... Ach ja. Man weiß, worum es geht. Wenn du micharrt hast... Ihr wird mich bülen. Oh Gott, ist sie, will sie verdienten mir? Er wird mich verdient. Wie mache ich.. Wiss ich tun? Martha... Bitte, Mr. Begbie! Bitte, nicht! Was passiert mit Sheriff? Bitte, nicht zu mir, Sheriff! Ich will nicht sterben. Bitte, bitte nicht zu mir. Bitte, nicht mich zu töten! Wenn du nicht sprachst, dann muss ich nur so machen. Ist das was du willst, Johann? Nein, nein, bitte! Du musst nicht so machen! Ich bin tot, insofern. Sie sagten mir, Johann, du kannst du dein Leben und verlieren deinen Shoppen, oder verlieren beide. Was würdest du machen? Es war eine einfache Wahl zu machen, in dem Moment. Easy, sogar, wenn du dich in der Deep Freeze hast. Sie? Du meinst Mary, Bloody Mary? Das ist nicht mein Shoppen mehr. Die Crew hat mich ein lange Zeit genommen. Die Crew? Die Crookedmans, Leute. Jersey Devil, D&D, und der Mental Case, Bloody Mary. Willst du sprechen über die reale Butcher? Das ist sie, nicht ich. Das ist sie. Ich sage dir, sie auf mich mussten. Sie hat meine Verkaufnahme und Verkaufnahme ein lange Zeit genommen. All cause of that heatwave, that summer was even hotter than this one. Oh, I'd let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear, and I don't wanna know. I'm not allowed to know. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I believe you. I knew this would happen. Didn't know when. There would be the... Shhh. Mhm. Hm. Mhm. Okay. Okay... You'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. Huh. You come in here, making trouble for me. But you only give a shit now, cause the crooked man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? It hasn't been easy for me. Y-you think I wanna live with this at my back? I needed help. I needed your help. Alright, Johan. Do me a favor. Just shut the fuck up and stay out of the way. Can you manage that? Tja... But we have a hot stream. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Could be dangerous stuff. Maybe just don't touch anything back here. Please? Didn't I tell you to sit down and shut up? Gucken wir uns das mal alles an. What are they making here? I'm just a butcher. You want to talk T-Bones? Hm, that I can do. This stuff is out of my league. There are a lot of nasty spells you can make with the right equipment. Das ist ein Crystal Meth Labor. Ja, ich hab ein bisschen Breaking Bad gesehen. Bei der Serie muss man echt im Kopf dabei bleiben. Ich bin hier entzündet. Du kannst nicht denken, ich bin der einzige, der der kröpste Mann unter seinem Kugel hat. Ziemlich. Ziemlich. Was ist das? Was ist das, was ich hier passiert? Okay. Mm-hmm. Dude, it's Vic. Mm-hmm. Where? The Lucky Pawn. They probably took Crane there, too. The Lucky Pawn. If I can find the mirror piece there, I can find the crooked man. Hey, hold on. The Lucky Pawn. I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. They won't care that I held up my hand. Report to the business office. Tell Snow I sent you there, and we'll, uh... We'll figure something out. Some kind of protection. Thank you. Thank you, Sheriff. Okay. Okay. The Lucky Pawn. The Lucky Pawn. There he is again. Jack, what the fuck is going on? I'm, uh... Just gonna... Yeah. Yeah. And that's it, Woody. If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. It was stolen from my apartment. You don't want any part of this. So get the fuck out of my side. Hit the bricks. See you later. Hey, what's going on here? The fucking hell. Christ. And this fucking guy too? Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit. You're gonna... You piece of shit. Bam. Den nimmer. Back it up, Jersey. You're dealing with me now. You got here fast. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Where's my axe? Who'd you give it to? You follow me all the way from battery-fuckers? That's it? Back off, Dog. I just want what's mine. My axe. You talk big. But I don't think you got the stones to back it up. Still a little sore, are we? Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. Oh. You know what? I'm just gonna handle you myself. You fucking motherfucker! Oh, motherfucker! Oh. Oh. What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now. Dog? Don't fight, dogma. Don't fight! Let's fight together! Oh my god. 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 It's so nearly all four times in. Oh my god. Ah, tut herิngend you, Frank. Jetzt frag ihn, ob er dir hilft. Bam! Ah! Immerhin hat das geklappt. Bigby muss ja auch mal was einstecken. Was ist das eigentlich für eine Märchenfigur? Oh! Oh! Ah! Das Wettmesser den Amboss genommen. Hahaha. Du kannst nicht findest, ein Krookend Mann. Keiner kann. Oh, das Haus des Hauses. Es fließt rund. Never in einem Ort. Du kannst es niemals findest. Auch Crane musste die Magik-Mirror benutzen. Sie hat alles hier verletzt. Bloody Mary benutzt dieses Haus wie ein verdammt Dump. Wo ist Crane's Sachen? Wo haben sie ihn verletzt? In Back. Geh mal. Geh Crane's s*** und geh. Nicht, dass es dir überhaupt gut geht. Siehst du alles? Crane's Coat. Schau mal hier rein. Keine Zeit für die Reise, Jacks. Nehm mal mit. Du wirst das nicht mehr brauchen. Kann man immer mal gebrauchen. Kann man immer mal gebrauchen. Und du kannst sie zurückbringen. Und ich weiß nicht, was sie getan haben. Und ich weiß nicht, was sie getan haben. Aber ich weiß das. Wenn sie sterben sind, ist es weil der Krookend Mann sie sterben wollte. Das ist alles, was es braucht. Und ich weiß nicht. 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 Ob sie sich jetzt vertragen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Probleme zu entscheiden, welcher von dir zu können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist so, was die Mädchen. Es gibt was, was du tun kannst. Du kannst das machen, was sie tun. Das war das der Plan? Was geht bei dir dann? Tja, Freunde sind sie jetzt nicht, aber... Mach mal kurz Feierabend.